Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns in AutoKey angucken, wie man mit der Tastatur umgeht. Tastatur ist ein mächtiges Tool und ja, damit kann man fast alles machen. Also ich meine, das meiste ist ja dann am Ende bei euch über Tastenanschläge erreichbar. Das wollt ihr ja auch, damit ihr möglichst schnell seid. Und so könnt ihr zum Beispiel hier Hotkeys ausführen in einem Skript. Und ja, das funktioniert. Tue ich auch. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel irgendwas tippen, irgendwas abschicken und dann könnt ihr quasi alles automatisieren. Also man kann ja in Linux wirklich über Skript, also über Bash zum Beispiel alles erreichen und ihr könnt hier quasi einfach wirklich auch das Terminal aufmachen und da drin Sachen schicken. Ja, das geht. Aber das wäre wahrscheinlich besser, wenn ihr sowas über ein Bash-Skript automatisiert und das Bash-Skript hier einfach reinpackt. Aber ihr könnt damit eben auch Sachen machen, wie zum Beispiel Browser automatisieren, also zum Beispiel irgendwas eintippen als Webseite und so weiter und so fort. Das geht alles ohne Probleme. So, und ja, um das alles mal zu zeigen, wie das funktioniert, fangen wir einfach mal mit was Einfachem an. Achso, richtig. Und genau, eine Sache würde ich euch noch empfehlen. Und zwar, man hat relativ häufig die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich möchte eine Taste fünf Sekunden dann gedrückt halten. Ja, das ist nicht einfach nur schicken, sondern das ist halt eine Spezialoption. Das kann durchaus mal wichtig sein. Oder zum Beispiel auch, wenn man Tastenkombination mit Steuerung und dann R drücken oder sowas. Oder, oder, oder. Ja, da muss man dann ein kleines bisschen was anderes machen und zum Beispiel eine Taste ein paar Sekunden gedrückt halten. Da würde ich euch Import, Import, Halleluja, Import Time empfehlen. Time ist eine Python-Bibliothek, die mit Zeit arbeitet. Und dazu gibt es auch ein Tutorial in meiner normalen Python-Playlist. Die werde ich jetzt hier allerdings nicht aufgreifen. Okay, über die ganz normalen Tastaturaktionen könnt ihr verfügen, wenn ihr Keyboard.irgendwas macht. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel sagen, wir wollen einen Buchstaben senden. Ja, zum Beispiel Keyboard.send-key. Und einen Buchstaben, sucht euch einen aus. In meinem Fall nehmen wir jetzt einfach mal blind einen. Das war ein G. Okay, ähm, ups, das wollte ich nicht. Ähm, also wir schicken ein G. Und wir können jetzt, ob, wir, wir machen es erstmal so. Vergess nicht zu speichern und den Hotkey zu senden. Und jetzt drücke ich mal Steuerung G. Und dann kommt ein G. Wow, wie mächtig, ja. Ähm, hätte ich auch gleich G drücken können. Richtig. Aber ich kann dir zum Beispiel auch sagen, ich hätte gerne Repeat auf 10 gesetzt. Ja. Dann schicke ich eben gleich 10 Gs auf einmal. Okay. Und ihr müsst nicht nachzählen. Es sind genau 10. Es sollten zumindest 10 sein. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einer Vorschleife machen. So geht es, glaube ich, sogar noch ein bisschen schneller. Aber, ja. Okay. Nicht besonders mächtig würde ich jetzt mal so behaupten. Was wir aber durchaus tun können ist, und das wäre jetzt sehr, sehr gefährlich, wenn wir jetzt dieses Makro in sich selbst wieder aufrufen würden, indem wir hier zum Beispiel Steuerung G schicken. Und dann hört das Makro nie wieder auf. Also seid da vorsichtig. So was ist tatsächlich möglich. Das Makro kann sich selbst aufrufen über den Hotkey. Das ist gar keine Hinderung. Ähm, aber das würde meinen komplett mit Seele ablegen. Und deswegen lassen wir das jetzt. Ähm, okay. Was ihr definitiv auch machen könnt, ist zum Beispiel, wenn ihr mehrere Buchstaben schicken wollt. Schenden, genau. Schicken wollt. Es war ein Mix aus Schicken und Senden, ja. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich bin noch ein bisschen müde. Es ist relativ früh am Morgen. Okay. Ähm, wir wollen Hallo Welt schicken. Und dann sagen wir hier Send Keys. Vergesst das S hier nicht. Das ist extrem wichtig dafür. Speichern und Go. Dann haben wir hier Hallo Welt stehen. Das ist zum Beispiel für, ähm, manche Leute in Online-Spielen ein absolutes Muss, wenn man sowas macht. Und ja, natürlich geht das unter Linux auch. Natürlich kann Auto Key sowas. Ähm, aber das ist natürlich nicht alles. Wir wollen jetzt zum Beispiel Steuerung Hallo Welt schicken. Und das geht selbstverständlich. Wobei, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir machen jetzt hier mal wieder ein Send Key draus und nehmen, ähm, was nehmen wir denn? Was habe ich denn noch frei hier? Nehmen wir einfach mal Steuerung C. Das sollte kein Problem sein. Das ist einfach mein, ähm, normales, normaler Zwischenspeicher. Und da sagen wir dann, okay, wir wollen jetzt aber Steuerung C schicken. Wie machen wir das? Nun, wir müssen erstmal Steuerung drücken. Dann müssen wir C drücken. Dann müssen wir Steuerung loslassen. Ja. C drücken reicht, wenn wir Send Key benutzen. Aber zum Runterdrücken von Steuerung und dann wieder loslassen, brauchen wir separate, ähm, naja, Befehle. Und deswegen gibt es Dinge wie Press-Boden-Strich-Key. Und es gibt sowas wie Keyboard.release-Boden-Strich-Key. Okay. Ups. Ähm, und ja, hier können wir jetzt einfach hergehen und sagen, hey, wir wollen Steuerung drücken. Jetzt gibt es aber Steuerung nicht irgendwie als STRG oder sowas, sondern wenn ich jetzt STRG mache, dann stürzt mir das Ding ab, weil STRG ist kein Key. STRG ist einfach, naja, der String STRG. Es gibt aber einen Befehls-Satz von Auto-Key für Spezialbuchstaben. Und die möchte ich euch kurz zeigen. Ihr findet das Ganze bei denen im Wiki unter Special Keys. Und hier habt ihr wirklich einfach eine Tabelle, was was ist. Ihr habt ALT als Special Key. Ihr habt ALT-GR. Ihr habt Backspace, also löschen quasi. Ihr habt Caps Lock, das ist die dauerhafte Großschreibtaste. CTRL ist Steuerung. Delete ist einfach, ja, entfernen, ne. Down ist runter, also Pfeiltasten, Ende. Dann haben wir hier Enter oder halt, ja, Enter kennt glaube ich jeder. Escape haben wir. F1 bis F12 können wir drücken. Home können wir drücken. Das ist dieser, ähm, Button, der nicht auf allen Tastaturen vorhanden ist. Aber wir können einfügen drücken. Ähm, eben. Und die ganzen anderen Spezialdinger können wir auch noch machen. Also hier NP steht für Numpad, ja. Da könnt ihr quasi die ganzen Numpad-Tasten drücken. Dann haben wir hier auch noch NumLock oder so. Ähm, und solche Dinge könnt ihr eben alle machen. Und da suchen wir uns jetzt einfach mal raus, was wir haben wollen. Nämlich wir wollen STRG drücken. STRG ist Control. Das heißt, wir sagen hier KTRL, ja, oder ZITRTL. Ähm, genau. Und das machen wir jetzt in Auto-Key. Das packen wir hier einfach quasi wirklich als String, als ganz normalen String hier rein. So. Und haben hier dann im Endeffekt STRG C. So, wir wollen das kurz demonstrieren. Ich habe in meinem Zwischenspeicher aktuell ZITRTL drin, ja. Oh, ups. Ähm. So, machen wir weg. Und jetzt markieren wir hier Keyboard. Und jetzt, ich drücke nichts, okay. Ich führe nur das Skript aus. Ich speichere vorher und führe das Skript aus. Und dann schauen wir mal, was in meinem Zwischenspeicher drin steht. So. Stau und G. Okay. Und ja, jetzt steht da. So. Und wir sehen, dass da einfach nur ein C steht. Das ist jetzt natürlich nicht so cool gewesen. Das heißt, was jetzt hier passiert ist, ähm, ja, wir haben SendKey gemacht. Und SendKey schickt einfach wirklich direkt den, ähm, Buchstaben offensichtlich an die Anwendung. Wobei wir natürlich nicht den Buchstaben da stehen haben wollen, sondern wir wollen so tun, als hätten wir C gedrückt. Okay. Und das ist ein kleiner Unterschied. Und wenn das jetzt eben passiert, ihr müsst das einfach testen. Wenn das passiert, dann ist das nicht schlimm. Dann gibt es auch noch einen sogenannten Fake Key Press. Fake Key Press. Einfach zusammengeschrieben. Könnt ihr auch Repeat benutzen, wenn ihr wollt. Aber, ach so, ganz kurz, ähm, wenn ich in meinen Zwischenspeicher reingucke, steht da immer noch Steuerung drin. Also, es hat sich nichts geändert. Und was wir jetzt machen können ist, wir können das jetzt ausführen. Und der tut jetzt nur so, als würde C gedrückt werden von der Tastatur. Das heißt, es schickt nicht an diesen Editor direkt dieses Ding ran, sondern es tut so, als würden wir ein C drücken. Und das ist ja eigentlich eher das, was wir wollen, ne? So, das heißt, was wir jetzt in unserem Zwischenspeicher drin haben, ist immer noch das. Okay, probieren wir jetzt einfach nochmal mehrfach drücken. Und dann funktioniert es immer noch nicht gut. Das ist interessant. Ähm, das Skript beißt sich mit meinem Aufnahmeprogramm. Es funktioniert wunderbar, sobald ich die Aufnahme nicht laufen lasse. Also exakt das Skript, aber das Skript funktioniert nicht, während ich die Aufnahme laufen lasse. Ist interessant zu wissen. Ähm, ja, scheinbar funktionieren manche Hotkeys nicht, wenn mein Aufnahmeprogramm läuft. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwas abfängt oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sollte es bei euch kein Problem machen. Ähm, ja, sorry, das, da bin ich jetzt tatsächlich auch erstmal nicht drauf gekommen, was das eigentlich soll. Okay, aber ja, das ist im Endeffekt so das grobe Prinzip davon. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Und zwar könnt ihr auch ein Skript laufen lassen, das quasi auf Hotkeys hört, ja. Ihr müsst eigentlich kein, ähm, also ihr könnt das ganze Ding auch so verarbeiten, dass euer Hotkeys Skript oder euer, ähm, euer Autkeys Skript quasi wartet, bis etwas gedrückt wird. Und ja, das ist relativ leicht möglich, indem ihr hier zum Beispiel sowas macht, ähm, und zwar mit Return Code ist gleich, sagen wir hier mal, Keyboard Punkt Wait for Key Press. Und das ist die Funktion, die ihr erwarten könnt, zum Beispiel auf ein, ähm, sagen wir es einfach mal, V, ja. Steuerung V wäre das dann, wobei wir jetzt erstmal nur V machen. Steuerung V machen wir gleich, dann müsst ihr hier ein Timeout angeben, wie lange ihr warten wollt. Und dann sagt ihr hier, wir wollen einen Dialog, Dialog, Ups, Dialog Punkt, Info, Bodenstrich, Dialog, Title, setzen wir mal auf Layer, ähm, Message, Ups, Message setzen wir auf den String. Von Return Code, Return Code. Und ja, das passt eigentlich auch soweit. Okay, cool. So, und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir hier, dass erstmal nichts passiert. Wir warten, wir warten, wir warten. Und dann sehen wir hier, unser Return Code ist False. Ja, das heißt, es wurde nicht gedrückt, offensichtlich. Das heißt, das ganze Ding ist einfach ein Boolean, ob das eben gedrückt wurde oder nicht. Während, wenn ich das, also, da müssen wir wirklich die 10 Sekunden hier ablaufen lassen, damit das auch funktioniert. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen rausgeschnitten. Ähm, und wenn wir jetzt hier allerdings das Ganze drücken, ja. Dann erscheint dieses Fenster sofort. Aber wirklich sofort, das wartet nicht diese 10 Sekunden und es kommt ein True zurück. Okay, das heißt, der Return Code gibt quasi an, ob es gedrückt wurde oder ob der Timeout abgelaufen ist. Und so könnt ihr zum Beispiel auch warten, zum Beispiel auf irgendeinen Hotkey und dann wird sofort irgendwas gemacht. Zum Beispiel könnt ihr dann, ähm, einen Hotkey setzen, ja, dass irgendwas gemacht wird. Also quasi ein Hotkey in einem Hotkey-Skript, das geht. Ähm, falls ihr dann irgendwelche speziellen Optionen haben wollt. Also ihr wollt zum Beispiel ein Skript starten und dann wollt ihr gucken, ob derjenige lieber Option A oder Option B haben möchte. Und das ist auch wieder per Hotkey, also so könnt ihr das dann eben machen. So, ähm, kleiner Anwendungsfall dafür wäre zum Beispiel, wenn ihr tatsächlich die Möglichkeit habt, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das letzte Beispiel gehen, ähm, ähm, ihr wollt diesen, ähm, den Browser oder eben die, ähm, URLs öffnen, die wir, oder die, ähm, die Tutorials enthalten. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben hier, ähm, ein Skript, das macht das eben. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, STRG-P für Python zu nehmen, STRG-J für Java und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr das da einfach drin auch noch machen, ja. Das geht alles ohne Probleme. Oder ihr macht einfach nur eine zwei Optionen. Und das heißt, ihr könnt hier sagen, okay, wenn man STRG-V drückt, dann macht es eben Java, ansonsten macht es Python. So was zum Beispiel. Wenn ihr jetzt hier noch mit Modifikatoren arbeiten wollt, also mit Spezialtasten, zum Beispiel STRG-V oder ihr wollt STRG-V, was auch immer haben, ja. Dann könnt ihr das durchaus machen und zwar mit Modifiers. Modifiers ist gleich. Und dann machen wir hier eine, Achtung, das ist eine Liste, weil ihr hier natürlich so viele Modifikatoren haben könnt, wie ihr wollt. Und jeder dieser Modifikatoren ist im Endeffekt auch wieder eine Taste, eine String, äh, eine Taste, die durch ein String angegeben wird. Zum Beispiel Control. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen auch noch Shift haben und so weiter und so fort. Also das ist dann auch eine Möglichkeit, dass ihr hier sagt, okay, die kombinieren wir alle. Jetzt müsste man STRG-Shift-V drücken, damit man hier diese True-Nachricht bekommt. Ansonsten läuft einfach der Timeout aus. Genau. Wunderbar. Das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.